Hey, ja, ihr Sternschnuppen! Willkommen zurück zu Burnout Legends! Zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zur Fortsetzung auch der Burnout Legends World Tour, wo wir beim letzten Mal ein Burning Lab gefahren sind, die wir auch geschafft haben in MetaCity. Jetzt geht es daher weiter, wie gesagt, in der Welttour, in der Kompaktserie. Aber genauer gesagt, geht es eigentlich in die Crash hier weiter, denn wir machen jetzt Downtown, da wird die Crash nämlich in Cross-Traffic. Und ich würde sagen, ja, los geht's! Gucken, was uns da genau erwartet, ne? Das ist jetzt zweite Crash-Kreuzung. Mal gucken. So. Okay, bin gespannt, was uns jetzt hier genau erwarten wird. Ich weiß nämlich nicht mehr so exakt. Ja, fahren mit dem, was ist das für ein Auto? Keine Ahnung. Aber hier fahren wir mit dem. Über die Kreuzung müssen wir drüber weg. Und dann müssen wir da hin und hin in diese Tanklaster rein, glaube ich. Und dann alles wegräumen, was da ist. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Und ja, ich würde sagen, das schaffen wir schon. Wir werden das nicht schaffen, denke ich mal. Wir werden das schaffen. Und zwar brauchen wir, um das zu schaffen, mit Gold natürlich. 145.000 Crash-Dollar brauchen wir. Ansonsten gibt es Silber ab 100.000 Crash-Dollar und Bronze ab 65.000 Crash-Dollar. Ja, ansonsten gibt es 8 Crash-Dollar. Also 8 Crash-Dollar müssen wir verursachen, um einen Crash-Dollar zu erhalten. Und ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir machen das. Wir fahren direkt nach links. Oh Gott. Was ist das denn? Okay, da bin ich vorbeigefahren, habe mich nicht getroffen. Ich bin leider, ich hätte den erwischen müssen, diese Tanklaster. Ich habe ihn leider nicht getroffen, hätte ich reinfahren müssen. Aber ich kam da nicht mehr hin. Leider, leider. Ja, machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Kein Problem. Da wir auch ein paar Kreuzungen über... Da fahren wir mal gerade aus. Da fangst weg. Ach, voll da witz. Aber bringt nicht so viel. Ah, da kommen da so viele durch. Der reizt trotzdem. 100.000 das war trotzdem okay würde ich sagen aber trotzdem gereicht oder für die tausend das heißt das ist gold wir haben gold gewonnen ja wenn das nix ist das das super ja wir haben aber als kapital reingebracht in die gesamte quest konto für nächstes auto haben wir noch nicht und ja das war schon wieder das war's nämlich mit der folge hier ich hoffe ihr spaß daran denkt wie meine kommentare und an die bewertungen und auch an die glocke damit der west wann und wie es weitergeht denkt daran dass ihr folgen könnt auf twitter und auf facebook weiter zu bleiben ihr könnt beitreten dem discord server zum kotzen kennenlernen spaß haben wir machen mit gestalten alles was neues gibt noch viel mehr alles verlinkt in der video beschreibung und ich sage danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal